Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich das Stihl MS211 Benzinkettensäge im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Seitliche Kettenspannung für ein einfaches und sicheres Nachspannen. Die seitliche Kettenspannung ermöglicht ein geschütztes, einfaches und schnelles Nachspannen und Wechseln der Kette. Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betätigt. Stihl 2 Mixmotor, besonders leistungseffizient. Mit dem Stihl 2 Mixmotor reduzieren Sie die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten. Dieser Zweitaktmotor ist wartungsarm gebaut und nutzt den Kraftstoff auch bei hohen Leistungen effizient. Als Kraftstoff verwenden Sie ein Gemisch aus Benzin und Motoröl. Der Stihl 2 Mixmotor erfüllt die strenge EU-Abgasrichtlinie Stufe 5. Werkzeugloser Tankverschluss für Öl und Kraftstoff. Schnell und einfach zu bedienen. Dank des werkzeuglosen Tankverschlusses öffnen und schließen Sie Öl- und Kraftstofftank dank Bajonettverschluss mit nur wenigen Handgriffen. Stihl-Antivibrationssystem. Für ein angenehmeres Arbeiten. Bei der Kraftentfaltung Ihres Geräts entstehen Vibrationen, die sich vor allem im Griffbereich bemerkbar machen. Die Puffer- und Federelemente des Stihl-Antivibrationssystems reduzieren die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf Ihren Körper. Der Effekt? Ihr Gerät liegt ruhiger in der Hand und Sie können wesentlich ermüdungsärmer arbeiten. Kompensator. Geringerer Wartungsaufwand. Ein Regelsystem im Vergaser, der Kompensator, sorgt durch Druckausgleich dafür, dass trotz zunehmender Verschmutzung des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualität und Kraftstoffverbrauch über einen langen Zeitraum nahezu konstant bleiben. Reinigen Sie daher den Luftfilter erst dann, wenn ein spürbarer Leistungsabfall eintritt. So können Sie lange Zeit wartungsfrei arbeiten. Stihl-4-Kanal-Technik. Für weniger Kraftstoffverbrauch und eine hohe Leistung. Dank der Stihl-4-Kanal-Technik arbeiten Sie mit Ihrem Gerät besonders kraftstoffarm und leistungsstark. Die vier Überströmkanäle führen das Kraftstoff luftgemisch gezielt und komprimierter in den Zylinder, was den Kraftstoff optimal verbrennt und die Leistung des Motors deutlich erhöht. Vergaservorwärmung. Für zuverlässigen Betrieb auch in der kalten Jahreszeit. Dank der Vergaservorwärmung können Sie auch im Winter zuverlässig mit Ihrer Motorsäge arbeiten. Mit nur einem einfachen Handgriff stellen Sie den Betrieb von Sommer auf Winter um. In der Wintereinstellung umströmt vorgewärmte Ansaugluft den Vergaser, wodurch dieser nicht vereist. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Betriebsanleitung nicht lesbar. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das geringe Gewicht. Hat eine gute Leistung. Springt sofort an. Sie ist leicht zu bedienen. Zuverlässig. Liegt gut in der Hand. Das war mein Testbericht zum Stihl MS-211 Benzinkettensäge. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezession folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!